servus grüßt euch heute mit einer tollen erweiterung zeige ich euch anhand der krackplattenanschlüsse die rückbiegeranschlüsse wurden auch schon von diesen neuen fieber wie nennt man das infiziert glauben und die krackplattenanschlüsse habe ich auch da hingegen schon erweitert das werde ich auch für alle weiteren sap parts tun was geht es um eine nutzeranfrage ein kunde hat mich gefragt ob ich die sap hat nicht farblich steuern könnte durch die layer das ist nicht mein workflow aber ich muss auch nicht meinen workflow jeden aufdröseln sondern ich möchte das beste system für alle haben und wenn jemand die farben aus den layer hernehmen möchte so soll er das auch bekommen bei den krackplattenanschlüssen hat mir das jetzt sehr viel zeit gekostet ich habe keinen aufpreis von irgendein hersteller bekommen das ist wirklich etwas dass ich auf meine kappe nehme und jetzt nachjustiere damit ihr damit noch besser und noch fröhlicher damit arbeiten könnt und ich glaube beim krackplattenanschluss da habe ich wirklich tolle features eingebaut und man wird sehen wie viel arbeit da drin steckt jetzt mit diesem mit dieser erweiterung also wir haben hier ein paar krackplattenanschlüsse abgesetzt die sieht man auch hier in 3d wenn man bölle auf ich denke mal dass es entweder österreicherisch ist oder bayerisch bölle also der kopf im weg ist als wirklich kann ich mich ausschalten oder ja dann bin ich halt jetzt nur noch ein geist aber wenn es dem video dient passt das so jetzt haben wir hier verschiedene ecoboxen aber außer außer die ecobox 1 die wurde zweimal verlegt und dann jetzt hier so weiter und man sieht schon farblich einen unterschied diese farbzuweisungen die gab es vorher schon allerdings hier von der ecobox 1 gibt es hier zwei stück da habe ich einmal die alt ältere version die 1 14 verlegt also die version 24 14 hier zu sehen an der kopfseile oder auch im karteireiter hier und wenn man sich jetzt das ganze hier so ausschaut anschaut wie weitere sap parts mit dem button und auch den premium partner bereich oder bei den einstellungen dann sieht das jetzt nicht so aufgeräumt aus wie wenn ich jetzt hier reingehe wir machen gleich einen neuen wenn ich jetzt hier reingehe und den krackplattenanschluss hier der button ist jetzt viel kleiner überall und hier ist auch der premium partner bereich etwas schöner angeordnet sage jetzt einfach mal bei den einstellungen ist jetzt folgendes passiert wir haben einmal separatoren in der 3d folie also hier wie ich sie jetzt begrenzen mit meiner maus und einmal den 2d folien bereich auch gezeigt mit meiner maus eingegrenzt dazu haben wir jeweils zwei spalten einmal für den kasten auf der linken seite und einmal für die eisen auf der rechten seite und dort können wir jetzt sachen auswählen je nachdem wie wir wollen also wir könnten jetzt zum beispiel sagen wir möchten die farben von der farbzuweisung dann bleibt von leer einfach deaktiviert die farbzuweisung funktioniert so es wird die ecobox nummer oder die sap hat nummer abgefragt und je nachdem welche nummer hinterlegt ist wird die farbe aus dieser karte entnommen wir schauen uns das ganze mal im upgrade bereich an wir haben wir hier in kurz text ecobox 1 deswegen wird die farbzuweisung von der 1 genommen da aber diese ecobox schon mal verwendet wurde übergebe ich das ganze und auf einmal erkennt das system die ecobox 7 wurde bereits in dem projekt verlegt und jetzt wird es auf blau gewechselt wir schauen in der farbzuweisung wo ist denn die blau aha hier ist die 67 enthalten 67 also dieses helmer oder türkis wie man es auch nennen mag oder teil das ist jetzt unsere farbe die automatisch zugeordnet wurde ja genau also hier sieht man automatisch zugeordnet wenn ich das ganze schließe sehen wir es auch in unserer 2d welt das tolle ist jetzt auch dass die begrenzungslinien eine eigene linienform haben und farbe das heißt wir können das ganze jetzt auch noch hier entgegen anpassen dass wir sagen okay wir brauchen eine andere stiftstärke mal 1,0 machen mal ganz krass und ich habe jetzt hier die 7 selber auf 0,01 eingestellt denn das könnt ihr selber mich verändern das wusste ich am anfang gar nicht die ist mir standardmäßig auf 0 13 der kunde hat gesagt warum nimmst du immer die 7 bei uns ist das keine ahnung 20 mm oder so und dann habe ich das jetzt euch zur freien wahl gelassen wenn wir sie mal die 0 25 und schließt das ganze und es wird natürlich erst sichtbar wenn wir die bildschirmdarstellung auf dicke linie hier aktivieren und einmal mit ok bestätigen und jetzt sehen wir den unterschied oh ja da ist natürlich eine linie jetzt etwas geändert und maßstab 150 dann sehen wir ein bisschen mehr ich reaktiviere das ganze stelle jetzt noch mal hier um auf 0 25 und einmal hier auf die 1 einfach just for fun ok das ganze können wir natürlich jetzt auch wieder leer steuern dass wir sagen okay wir wollen die striche von den lehren und hier wird der die nummer von er genommen und hier ein bauteil sonder würde ich jetzt zum beispiel hier ändern auf der strich gerne okay ich setze aber das wieder um auf rundstahl rund ja genau und ja jetzt möchte ich zum beispiel die gleiche farbe wie hier haben ich mal hier kurz rein über den text hier nicht haben da können wir uns den langtext aber hier in die schnelleingabe ausgeben lassen den markieren wir uns kopieren und schließen das ganze gehen hier mit dem doppelklick rein einmal einfügen doppelklick übernehmen und hier wird die 1 angenommen und jetzt haben wir die rot genauso und es schaut schon optisch viel stärker aus als hier oder das müsste zugeben es ist brutal und das können wir natürlich jetzt auch jederzeit ändern wir können jetzt auch die farben automatisch vom player übergeben hier der rundstahl bei mir so ein lila hellblau ton wenn ich das jetzt ganze schließe haben wir hier auch im 3d unsere lila oder violette flieder flieder farben eisen natürlich kann ich das ganze auch im grundriss darstellen wenn ich die 3d folie anzeigen lassen dann habe ich diese flieder farbenen eisen auch im grundriss stören mich aber eher genau ich lasse das immer gern ausgeschalten aber somit können wir zum beispiel immer von layer übernehmen oder nicht also hier auch grundriss von layer übernehmen und schon haben wir das ganze das bleibt euch verlassen diese funktion ist jetzt für euch verfügbar zusätzlich habe ich hier in der sichtbarkeit hier ein bisschen aufgeräumt das war vorher ein bisschen unübersichtlicher und auch im beschriftungsbereich habe ich alle funktionen identisch wie bei der wir bei den elastomer lagern aufgepeppt genau man kann jetzt größen anpassung nach maßstab machen man kann links anordnen rechts anordnen den layer die text füllfläche und die rotation ebenso einstellen genau das war es auch schon ich hoffe ihr freut euch über dieses neue feature ich finde es bombastisch und vor allem wenn man das jetzt anschaut wenn man jetzt hier was abblickt genau vielleicht zu den farbzuweisungen tschuldigung also das muss ich noch zeigen ihr liked in der zeit das video oder abonniert und aktiviert natürlich die glocke hier könnt ihr zum beispiel sagen ich will aber weder dass jede nummer eine eigene farbe hat noch möchte ich haben dass das von von lehren übernommen wird könnte jetzt zum beispiel sagen ich möchte das alles auf schwarz einstellen klick hier einmal auf den button und die farben werden alle von 1 bis 40 durch nummer mit schwarz jetzt kann es natürlich auch noch sein dass ihr sagt ja ich habe aber gar nicht die nummer eins in meinem system sondern wir fangen damit der nummer 100 an dann ist es auch in ordnung dann wird immer die farbe 1 genommen das heißt wenn ich jetzt hier wieder reingehe farbzuweisung und die nummer eins ändere sagen wir hier in magenta schließt das ganze dann habt ihr hier die magenta übernommen für die farbzuweisung bei der farbzuweisung genau ich stelle das alles wieder um und jetzt möchte ich aber nicht 40 farben wieder neu durch kolorieren deswegen gehe ich hier auf wieder herstellen und habe alle farben wieder am richtigen fleck und so finde ich ist das arbeiten wieder schön teils mit euren kollegen lasst mir gerne einen kommentar da wie ihr es findet das würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten video wieder tschau servus euer peter servus jetzt musst du liken um dieses video zu verbreiten all plan und bim kriegen wir gemeinsam hin servus ein klick für dich ein ritter schlag für mich auch abonnieren und die glocke aktivieren